Diese hier zum Kauf angebotene neuwertige Einzimmer-Etagen-Wohnung befindet sich im Schwarzwald-Bar-Kreis. Die Immobilie wurde 2002 erbaut und wird über eine Gas-Zentral-Heizung beheizt. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Keller. Die Etagenwohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 47 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 89.700 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017